Jahrzehntelang war die Energieversorgung durch konventionelle Kraftwerke geprägt. Hier hat sich ein zentralisierter Großhandel etabliert. Der traditionelle Energiehandel findet an zentralen Strombörsen und Brokerplattformen statt. Durch den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien wird die zentralisierte Wertschöpfungskette vom Kraftwerk über den Großhandel und Stromlieferanten bis hin zum Endkunden infrage gestellt. Dementsprechend ist die Idee von ET-Block, die heutige Energiewirtschaft durch automatisierte Marktmechanismen zu ergänzen. ET-Block steht für Energy Trading via Blockchain Technology in der Local Green Grid. Immer mehr Gebäude sind mit PV-Anlagen ausgestattet, mit denen Sie nicht nur sich, sondern auch die Nachbarschaft mit Strom versorgen können. Dies nennt man Peer-to-Peer-Handel. ET-Block schafft die technischen Voraussetzungen für einen dezentralen Energiehandel. Nachbarn oder Gewerbetreibende sollen künftig kostengünstig, automatisiert und in Echtzeit untereinander auch kleinste Strommengen handeln können. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Blockchain-Technologie, die einen vertrauenswürdigen Handel ohne zentralen Mittelsmann erlaubt. Beim Fraunhofer IISB in Erlangen wird ein lokales, abgegrenztes Stromnetz aufgebaut und der dezentrale Energiehandel erforscht. Sämtliche Akteure können in dieser Testumgebung simuliert werden. Vom klassischen Haushalt bis zu zukünftigen Nutzern wie Elektroautos und Batterieheimspeichern. Im ET-Block-Netzwerk ist jeder Teilnehmer durch ein Blockchain-Device verbunden. Dieses bietet die Schnittstelle zur steuerbaren Anlage, führt den Handel gemäß individueller Präferenzen, zum Beispiel Preisfindung oder Stromherkunft, durch und sichert den Zugang zur Blockchain. Über grafische Darstellungen hat jeder Teilnehmer einerseits vollkommenen Einblick in den Stromverbrauch seiner Anlage, als auch einen Überblick über seine Handelsgeschäfte. Der Einsatz aktueller Technologien, nicht nur im Handelsbereich, sondern auch bei der Verwendung von neuesten Sicherheitsmaßnahmen, ermöglicht den Handel von kleinsten Energiemengen. Mit ET-Block lohnt es sich auch für private Energieerzeuger, überschüssigen Strom selbst in Kleinstmengen anzubieten. So kann ich als Endverbraucher meinen Solarstrom direkt über die ET-Block-Plattform weiterverkaufen. Das wird automatisch in Echtzeit im regional begrenzten Stromnetz umgesetzt. Auf Bedarfs- und Produktionsspitzen kann flexibel reagiert werden, was im Ergebnis das gesamte deutsche Stromnetz entlasten kann. Lokaler Energiehandel und neue Einnahmequellen für private Stromerzeuger – dank ET-Block.